Ja, herzlich willkommen wieder bei einer neuen Ausgabe von Stenaz im Bild. Ja, herzlich willkommen wieder bei Stenaz im Bild. Herzlich willkommen wieder bei einer weiteren Ausgabe von Stenaz im Bild. Z.B. Rutschen. Welche Rolle spielen hier die Illuminaten? Z.B. Rutschen. Heute haben wir einige Stargäste zu begrüßen, wie die Stenaz, Top-Spieler, Luftwärtspielgangs zu beziehen. Z.B. Rutschen. Warum haben Menschen mit ein bisschen mehr Masse erhebliche Vorteile an Geschwindigkeitszunahme? Z.B. Rutschen. Z.B. Rutschen. Z.B. Rutschen. Z.B. Rutschen. Anhand der Illuminaten wollen wir jetzt dieser Sache auf den Grund gehen. Z.B. Rutschen. Deshalb werden wir danach noch mit Reimann Abdallah persönlich darüber sprechen. Z.B. Rutschen. Z.B. Rutschen. Aurestchen. Jetzt sind sie wieder unter uns versammelt. Wir sind hier an einem denkwürdigen Platz. Nämlich sind wir hier beim Stenazer Freibad. Ähnlich haben wir es geschafft. Wir haben unser Freibad bekommen hier in Stenaz. Was wäre mit deinem Handy da jetzt von mir? Hier ist unsere Kamera. Lass uns darauf deuten, dass es im Fürstenfeld ist. Jedoch ist das nur reine Spekulation. Wie versprochen, melden wir uns heute aus der Türkei. Wir sind hier vom Sommersplash 2012. Der größten Natura-Reise Europas. Wir haben dort den Ausruf des Westens. Und dann den DJ-Antoine, alias DJ-Tony, aufgelegt hat. Und für eine gute Stimmung gesorgt hat. So ist es doch! Bitte mal die Anziehung von mir! Super Menü! Für den besten Menü! Für die Jugendverleute! Für die Jugendverleute! Für die Jugendverleute! Für die Jugendverleute! Das stimmt nicht! Ich bin der Johnny! Der Schmusen ist auch nicht schlecht! Johnny, was macht für dich Summersplash aus? Was war deine geilste Erfahrung? Mehr Pumsen, oder? Was sagen Sie zu der Situation, dass ich bald bald in meine Familie einheiraten könnte? Echt, wie viele Mädchen hast du schon gehabt in der Woche? Kein! Aber warum gefällt dir dann das alles so? Weil es mir taugt den anderen zum Zuschauen! Unwiderrufe ich jetzt rechts! Das ist sonst was! Du Arsch! Der Beiß entbeißert! Ich hab das gedacht, Junge! Die Beißheiten sind heute Glauben ist das andere von nichts zu wissen! Haha! Ich bin der Beiß? 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 Schonin der Beiß? Ich bin der Beiß mit ist ein falsches Wissen. Was ist denn jetzt hier oft? Was zur Beiß sind? Mit der Beiß hat die An tracker! Sehr gut! Sich in die Anشentung! Ich hab' ich geglaubt, ich fang' den Bullen nicht. Oida, wo wirfst'n du hin? Da her! Ach so. Wir werden gewinnen, ich sag' den Spiel. Das kannst du nicht fangen, oder was? Ja, da schmeiß' man ihn in die Reine. Scheiße, hol' ich's dir an die Lütchen. Ich muss mich alles suchen, geh. Na! I'm ready for some football, are you? Ja, da schmeiß' man keine Schweizer Klob. Wir werden da hin, ich schmeiß' man keine Schweizer Klob. Ha ha ha! Touchdown! 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 Ausdruck! Scheiße, ich bin schön. In die... Zittern im Endeffekt. Er hat alle geschaut! Verschleiß! Fressor! Tut teppert! Ach, du... Ach, du... ...dass, du... ...dass du keinen Falle. Ah, der... Ja, der... Geh, der... Geh, der... Geh, der... Geh, der... Der... Geh, der... Geh, der... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.